Dein Sims klingelt Ja, ja, nein, schön Sollen wir rangehen? Ja, könnte es sein Bestimmt hat er sich wieder nur verwählt Ema Hatsch Jetzt muss ich mal gucken Oh, das war jetzt aber icon-freundlich Gewinne immer als Freundin Ein Gericht zubereiten Ja, okay, aber das ist ja schnell Ähm, ja, okay Müll rausbringen Benutzen Zähne putzen Ein bisschen schneller hier Fähigkeit angeln erlernen Okay, ist auch relativ einfach So Angeekelt alles Was abscheulich aussieht Oder schmeckt Ekelt einen Sims Los, los, schneller, schneller, schneller Level 4 erreichen Aufräumen Aufräumen Gut Huch, was war denn das jetzt So Dann hat er eigentlich Alles erledigt Wir könnten Uff Ermäßig die Kurse Keins, okay Der Müll So Haha Perfekt Und Sämtliches Geschirr auf dem Grundstück abspülen Okay, das ist auch gut Ja, das geht schon noch Der hat noch Zeit Zur Arbeit fahren Zur Arbeit fahren Elfer wird ein bisschen schneller Los Mal gucken Spaß Ja, okay Du wirst nie jemanden beeindrucken können Wenn du nicht langsam an die Arbeit gibst Übung macht den Meister denn Der Küchenmeister in diesem Fall Ja, okay Ist ja okay Ähm, dann Bett machen Outfit wechseln Alltag Kann man irgendwo das Haus aufräumen Sauber Zum Beispiel Egal Dann Dann Was macht er dann? Hunger Hygiene Hahn dran Geht er duschen So, jetzt guck ich mal wo ich die Apfelbäume und Limonbäume hin pflanze Ich glaube ich pflanze dich hier hin Öffnen Ist ja doof Okay Okay Dann Dein Sim hat soeben einen anderen Sim ange... Was ist angefreundet? Okay Das Das Herzlichen liebwunsch Ja Ja Nein Was bin ich denn jetzt? Hat Gemüseschlitzer Das Das zerkleinern und schneiden Von verschiedenen Blitzblankenmessern Ist harte Arbeit Aber einer muss ja Es tun Ja, ja, ja 39 Anschließend kann er die nicht pflanzen Sind wir schon verdorben? Ah, Level 5 Wie machen wir es denn? 1 Zack, 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 zack Und am Gehweg war das so Und dann noch kurz öffnen Pflanzen Pflanzen Da kommt dann Da hin So Vielleicht könnten wir auch dann gleich noch Salat pflanzen Aber Salat Salat Würde ich Naja, okay Eigentlich ja egal bei Sims So Ich weiß, dann setzen wir einfach grad da hin dann Salat Oder soll man Zwischenrein setzen? Ich glaub dann setzen wir jetzt nicht zu schreien Paar im Thema Zerunie Leo und die Conny zusammen Wurden gestern Im engsten Familien- und Freundeskreis getraut Wir wollten in unseren ersten paar Stunden Äh Nicht von Zu vielen erzählen Ja Conny Sich Von einer großen Menge zu küssen Das gehört einem sich einfach nicht Ja und Ah Das Rat ist kürzlich Eine Büro Was eine Postjura Im Schloss verkündet wird Das die Region immer beliebter wird Strammer Junge Schweres Baby zur Welt gebracht 0 zu 1 Ach Super Ähm Recyceln Kochkunst 5 erlernen Abendessen Abendessen Was braucht er da dafür? Salat würde ich wetten Dann gehen wir einkaufen Unser erstes mal einkaufen Ok Kochkurs 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 An Kochunterricht teilnehmen So Hm 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 Schneller Mal 10 Er braucht Nehmen wir mal 2 mit So Satellen Weintrauben Braucht er noch nicht Käse Würstchen haben wir noch Kartoffel Zwiebel Ei haben wir noch Limone haben wir noch Paprika So Braten Stehkummer Gut Objekte kaufen So Abendessen Klebrige Carbonare Perfekt Dann geht er Pinkeln Danach Hat er Spaß Energie Spaß Fernsehen Danach Ok 280 Dollar Wir könnten einen Neubau da hinten beginnen Was weiß ich Da machen wir Was können wir denn da hinten machen Ein Esszimmer Ein großes oder ein größeres Esszimmer Mal gucken Nein, möchte ich nicht Gut Boden Boden Gut 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 outgoing Er ist Torah So. Ah. 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 So. Dann. Jetzt haben wir noch 730. Hm. Hat er hier überhaupt nicht? Ah ja da. So. 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 Wunderes braucht er noch zum Leben.